hallo ist wieder klaus von der älteren generation heute ein beitrag zu meiner serie ein gewöhnlicher tag ja mein gewöhnlicher tag heute begann also wieder mit dem power smoothie morgens dann habe ich vitamine zu mir genommen multivitamine mit mit kalzium also eine kalzium tablette und eine multivitamin tablette dann habe ich b12 genommen eine tablette b12 für den teigesbedarf und eine tablette mit gelb also ausgelb für jod und so weiter ja außerdem habe ich eine paranuss gegessen für den selenium gehalt ja was war noch ja dann bin ich einkaufen gegangen habe den power smoothie verzehrt und vorher gemacht dann nach dem einkaufen den einkaufen habe ich natürlich in den neuen turnstuhl gemacht da bin ich gegangen um die einzulaufen und das geht schon besser und danach danach habe ich dann überlegt habe ich einige tablette videos gemacht also dass den begriff des tages zum beispiel ein einkaufs video dann das morgen ritual glaube ich drei videos und drei tablette videos muss man sagen und ja dann kam die kartenarbeit jetzt kommt heute noch ein paket video dann möchte ich hier so eine klüge video machen über den deadlapsen dann das paket auspacken mit den sd karten die sd karten testen dann tagesworte hatte ich heute morgen auch schon gemacht und die zwei tagesworte werden auch hochgeladen müssen auch noch bearbeitet werden ja dann das war es dann für heute glaube ich unter dann nicht doch irgendwie ein abendessen an ich plane vielleicht kartoffeln und dazu irgendwie gedämpftes gemüse und ein stück soße meine standard soße ja und fernsehen ja heute ist dienstag ich glaube heute kommt nicht ich habe gar nicht nachgesehen ob es kommt heute brauche ich kein fernsehen glaube ich ja okay das war's jetzt erstmal und tschüss leute ein gewöhnlicher tag war das also ja hallo jetzt wieder klaus von der älteren generation der baby boomer auf dem weg ins onlife also heute morgen wie immer habe ich wieder meinen power smoothie gemacht und gleich werde ich doch zeigen was ich heute an nahrungsergänzungsmitteln zu mir nehme kalzium und vitamin multivitamine dann vielleicht eine b12 tablette und das haben wir noch kelp ja vielleicht eine kelp tablette die nehme ich nicht regelmäßig sondern unregelmäßig so ja okay das war's ja schon wieder kurz und knapp ja 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 der einkauf des tages toilettenpapier und kartoffeln diese an die ich gestern vergessen habe und nicht gekauft habe hallo jetzt wieder klaus von der älteren generation der baby boomer ich habe gerade meinen einkauf getätigt hier mein kleinen einkauf des tages und eigentlich nur toilettenpapier und kartoffeln dafür habe ich schon bezahlt glaube ich schon 3 euro noch was 3 euro 96 oder so ähnlich toilettenpapier 2 25 und bei den kartoffeln weiß ich nicht so genau den aktuellen preis steht aber auf dem zettel außerdem ist heute endlich das zweite paket eingetroffen mit den st garten das werde ich auspacken ja ansonsten möchte ich noch etwas gartenarbeit machen es ist heute nicht so warm und das ist wieder nötig etwas unkraut ausrupfen und die dahl die beschneiden und so weiter ok leute ich mach mal schluss und das war's ja der einkauf des tages toilettenpapier und kartoffeln diese an die ich gestern vergessen habe und nicht gekauft habe ja